Ja, Prost. Prost. Es war alles hier ein bisschen kleiner als vorhin in Hamburg, aber dafür ist hier bannig viel los. Tatsächlich? Ja. 83 zum Beispiel, da hatten wir die Tollwut. Und 84, das war ein ganz wildes Jahr, da ist hier eine Leiche angeschwimmt worden. Weiblich, splitternackt. Habe ich noch Fotos von Wister mal sehen? Muss nicht sein, Dankeschön. Augenblick. Scheint ja ein abwechslungsreicher Job zu sein. Das kann man wohl sagen. Jedes Jahr was Neues. Du, ich glaube, da will jemand zu dir. Jetzt ist Feierabend. Und wenn es nun ein Notfall ist? Dafür gibt es eine öffentliche Toilette unten am Strand. Wer macht das denn bloß sein? Auch irgendein Fremder. Wenn es einer von hier wäre, der würde durch die Hintertür kommen. Dies nehme ich immer auf. Ach so. Prost. Prost. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR